Team Deathmatch Keine Fehler Ich kriege die Telefonsaison, guten Abend Hallo? Ja, hallo Hören Sie mich? Ja Ja, und zwar, ich habe ein Problem Ja, mein Black Ops 2 ist heute nicht angekommen Ich bin total traurig, total im Boden zerstört Bitte, was ist nicht angekommen? Mein Black Ops 2, kennen Sie das? Nie Das ist die neue Droge auf dem Markt Das tut mir ja furchtbar leid Oh, ohne kann ich nicht leben, wissen Sie das? Ich kann ja auch ohne das leben Ja, aber wenn Sie einmal dieses Call of Duty Black Ops genommen haben, dann können Sie nicht mehr Das ist wie eine Sucht, verstehen Sie? Ich verstehe alles, aber ich kann auch so leben Ja, Sie, aber Sie sind ja auch anderer Mensch Das ist wohl wahr, ja Kann ich sonst irgendwas noch tun? Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt davon runterkommen soll, weil das kommt einfach nicht bei mir zu Hause an, die dumme Post, ich weiß nicht Geht es hier nicht mit White Office? Mit was? Ich habe es nicht verstanden, wie heißt das? Black, Black wie? Black Ops Black Ops, ja geht es nicht mit White Ops? White Ops, nein, so etwas gibt es nicht Achso, ja White Orb gab es mal Nein, Black Ops, das ist die neue Droge auf dem Markt, aber ich weiß nicht, ich sollte das aus Polen mit der Post bekommen, aber irgendwas ist schief gelaufen, wissen Sie? Wahrscheinlich ist an der Grenze was schief gelaufen Ja Oder der Postbote hat es geraucht Ja, genau Dann warte ich das nächste Mal mit meiner Shutgun, bis der Postbote kommt und dann BAM, wissen Sie? Richtig, und dann fällt das Päckchen mit dem White Borden, White Irm oder wie auch immer Black Ops Black Ops, aha, ja, interessant Ja, ich kann nur Green Ops Green Ops? Ja, jetzt weiß ich was jetzt, das sind grüne Erbsen, Green Ops, ja Nein, 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 ja, die sehen so aus, die grüne Erbsen, aber, aber, boah, die Wirkung, ne, boah, haben Sie schon mal probiert? Ja, ja, ich weiß, wie Sex Boah, ey, das ist so krass, ey, dann kommt man hinterher nicht mehr drauf klar, ne? Ja, das ist das Problem Aber, ey, ich habe so viel Geld dafür bezahlt, ne? Tja 70 Euro, ich habe 70 Euro mit Versand bezahlt, ja? Und ich dachte, das kommt halt ein bisschen früher an, bevor die große Masse das kommt, äh, bekommt, ja, aber, oh, Mann Oder direkt, oder direkt nach Warschau fahren Ja, Mann, ey, jetzt kriege ich das nicht früher, jetzt bin ich nicht der Oberplayer, weil ich, weil, weil ich vorher alles habe, ey, scheiß Oh, tut mir ja auch sehr leid Ja, kann ich sonst noch was tun, also Green, ich habe grüne Erbsen, aber das würde nicht Ja, also, was kann man denn jetzt machen? Ne, Gelbe Ne, was kann man denn jetzt machen? Yellow Ops Ja, aber Black Ops, das muss schon sein, wissen Sie? Ja, meine, ich würde mal mit Yellow Ops oder Grey Ah, ja, ja, probiere ich mal, bestelle ich mir mal, okay? Ja, okay, gut, also, ich nehme dann die Bestellung, aber morgen früh unter der anderen Nummer Ja, okay, ja, ja, ja Gut, ja, tschüss Okay, ciao Auf, befehl, jung Ja, Sascha, der Kerl, der hat das irgendwie durchschaut am Schluss Ja, ja, der hat bestimmt gegoogelt, Mann Ja, vielleicht Black Ops Ja, 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 ja Vielen Dank.